Der Lehner Wasserfall in den Ötztaler Alpen gehört zu den schönsten Klettersteigen Tirols. Auf 260 Metern Länge sind insgesamt 140 Höhenmeter zu bewältigen. Die eindrucksvolle Steiganlage im Nahbereich eines hohen Wasserfalls ist geschickt angelegt und bietet fast immer einen hauptnahen Blick auf die hinabstürzenden Fluten. Lino Wasserfall! Der Peter-Kofler-Klettersteig an der Stafflacher Wand der Tuxer Alpen. 650 Meter Länge auf 300 Höhenmeter. Diese wunderschöne Tour wird sicher bald einen fixen Platz unter den besten Klettersteigen Tirols einnehmen und hat das Zeug zum Klassiker. Wir sind nicht fix und fertig, was soll ich ständige Fragerei hier? Meine Frisse! Kennen Sie noch? Fix und fertig? Erschöpft? Bitte verlassen Sie hier unseren Fels und gehen Sie sofort nach Hause. Der Klettersteig am imposanten Stülbenfall im Ötztal ist wunderschön und nicht allzu schwierig. 300 Höhenmeter auf 380 Metern Länge. Nach dem etwas eigenwilligen unteren Teil folgt oben das fantastische Finale, bei dem man die Abbruchkante des 157 Meter hohen Wasserfalls quert. close! Fix! cendo 2 Der Klettersteig Steinwand ist ein talnaher Sportklettersteig bei Arzel, alternativ mit einer sehr schwierigen Variante bis D+. Untertitelung des ZDF, 2020